Boykottiert endlich Müllermilch und Wein, Stefan, und auch Landliebe. Warum? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir auch gestellt, als ich Müllermilch in den Twitter- bzw. X-Trends gelesen habe. Losgetreten hat diesen Shitstorm Renate Künast mit diesem Beitrag hier. Sollt ihr wissen? Ja, da bin ich aber richtig gespannt, was wir jetzt wissen sollen, Renate. Theo Müller, Molkerei-Milliardär, Kontakte zur Hashtag AfD. Müller ist Haupteigner der gleichnamigen Unternehmensgruppe. Zur größten Privatmolkerei Deutschlands gehören bekannte Marken wie Hashtag Müllermilch, Hashtag Wein, Stefan, Hashtag Landliebe. Warum teilt Frau Künast den Artikel vom Handelsblatt? Die Frage habe ich mir als erstes gestellt. Was will sie uns damit sagen? Der Mann hat Kontakt in die AfD. Was soll das heißen? Unterstützt er etwa die Partei? Ist er ein Großspender der Partei? Bis auf den Sollt ihr wissen-Teil ist der Rest aus dem Artikel kopiert. Die Hashtags hat sie selbst eingefügt. Warum sollt ihr, warum sollen wir das wissen? Ich habe sie auf x gefragt, aber bisher keine Antwort erhalten. Wir schauen uns den Artikel im Handelsblatt einmal genauer an. Natürlich ist er hinter einer Bezahlschranke. Deswegen habe ich diesen einen Euro für die vier Wochen investiert. Danach kostet das Handelsblatt übrigens 29,99 Euro im Monat. Nicht ja schnapper. Theo Müller machte Firmen wie Müllermilch groß. Spekulationen über den Umgang mit rechten Parteien gab es schon länger. Nun räumt er ein Treffen mit Alice Weidel von der AfD ein. Hör doch auf. Er hat zu rechten Parteien, also plural zu mehreren rechten Parteien, Kontakt? Boah, da. Also auf den Teil, da bin ich wirklich gespannt jetzt. Der Milliardär Theo Müller hat gegenüber dem Handelsblatt erstmals Kontakt mit der Partei Alternative für Deutschland, in Klammern AfD, eingeräumt. Den anderen Teil kennen wir bereits aus ihrem Tweet. Erst vor wenigen Wochen traf Müller AfD-Chefin Alice Weidel zu einem privaten Dinner in einem Nobelrestaurant im französischen Cannes. Das bestätigten Müller und ein Weidel-Sprecher auf Anfragen dem Handelsblatt. Die Bild-Zeitung veröffentlichte Mitte Oktober ein Foto von der Zusammenkunft. Gegenüber der Boulevard-Zeitung wollte sich Müller seinerzeit nicht äußern. Die Bild berichtet fast schon neurotisch detailliert über dieses wirklich spektakuläre Treffen zwischen Müller und Weidel. Den Artikel dazu verlinke ich euch unten. Theo Müller und seine Frau wollten sich gegenüber Bild zum damaligen Zeitpunkt zu diesem Treffen nicht äußern. Zurück zum Handelsblatt. Nun verrät der pressescheue Müller dem Handelsblatt, es sei nicht das erste Treffen gewesen. Und das nächste Treffen mit Weidel findet Ende des Jahres statt. Die wollen sich nochmal treffen? Mit Frau Weidel von der Alternative für Deutschland in Klammern AfD? Bei den Gesprächen mit Frau Dr. Weidel galt mein Interesse dem Programm der AfD sowie ihrer persönlichen Ansicht zur aktuellen Politik. So Müller, also sein Nazi. Bei dem Austausch habe er nicht den geringsten Anhaltspunkt gefunden, der auf eine NS-Ideologie schließen lasse. Das ist aber jetzt blöd, oder? Das wäre für ihn ein absolutes No-Go. Dann folgt die äußerst wichtige Einordnung des Handelsblatts. Dabei möchte man den Leser keinesfalls missionieren, sondern lediglich informieren. Vermute ich. Die AfD verfolgt nach Einschätzungen von Bundes- und Landesverfassungsschützern allerdings in Teilen verfassungsfeindliche Bestrebungen. Die Partei ist in Umfragen mit 21% Zustimmung gerade die zweitstärkste Partei des Landes. Viele Unternehmenschefs und DAX-Manager äußern sich zum Aufstieg der AfD nur sehr zurückhaltend oder gar nicht. Kontakte zur Partei räumen die wenigsten ein. Womöglich könnte das für Unruhe unter der Belegschaft oder für Kritik von Kunden sorgen. Oder für diverse Tweets von Grün-Politikern. Man möchte natürlich nicht denunzieren. Ich will gar nicht vorgreifen. Falls der gemeine Leser dieses Mediums vergessen haben sollte, dass die AfD die letzten Jahre vor allem von öffentlich-rechtlicher Seite aus als extrem, rechtsextrem, extrem rechts, völkisch, nationalistisch, was auch immer das genau sein soll, oder eben als Nazis diffamiert wurden, ordnet das Handelsblatt das hier nochmal ein. Müller erklärte dem Handelsblatt, er unterstützte die AfD nicht mit Spenden, weder persönlich noch auf Ebene des Unternehmens. Auch ein Sprecher Weidels sagte, dass die Partei keine Spenden von Müller oder seinem Umfeld erhalten habe. Das Treffen zwischen Müller und Weidels sei rein privater Natur gewesen, so der Weidelsprecher. Danach müssen wir natürlich noch ein Gerücht in den Text mit einstreuen, welches allerdings nicht belegt ist. Kritiker werfen Müller eine Nähe zum rechten Rand vor. So kursieren im Internet Gerüchte, dass er die rechtsextreme Partei NPD finanziell unterstützt haben soll. Diesen Vorwurf haben Müller und seine Unternehmensgruppe wiederholt vehement zurückgewiesen. Damit hätten wir dann auch unsere billige Clickbait-Überschrift. Spekulationen über den Umgang mit rechten Parteien, Plural, gab es schon länger. Also es gibt Gerüchte darüber, dass er die NPD finanziert haben soll. Keine Belege. Und er hat sich mit Alice Weidel getroffen. Das rechtfertigt dann für den Autor dieses Textes, Michael Scheppe, die Formulierung, dass es Spekulationen über den Umgang mit rechten Parteien schon länger gäbe. Genau mein Humor und genau nicht mein Journalismus. Es ist so billig. Ein Absatz über den Erfolg von Theo Müller folgt noch, dass er aus einer Dorfmolkerei mit vier Beschäftigten einen internationalen Konzern geschaffen hat. Ich bin sicher, da musste man einfach noch ein paar Textzeilen füllen. Hat dem Redakteur vielleicht nicht gereicht. Unten dann noch etwas über die Produktion. Welchen Mehrwert genau bietet uns dieser Artikel? Welche Absicht verfolgt ein Michael Scheppe mit einem solchen Text? Und welche Absicht verfolgt eine Renate Künast damit, dass die Personen, die auf X folgen, davon wissen sollten? Sollt ihr wissen. Ja warum? Sie bestreitet auch in einigen Kommentaren, dass es um einen Pranger gehen soll. Den Vorwurf, dass eine grüne Abgeordnete einen erfolgreichen Unternehmer an den Pranger stellt und ob so Demokratie sein soll, kommentiert sie schlagfertig mit den Worten, diese Lügerei soll liberal sein? Ich weiß nicht, wie clever diese Antwort ist. Oder vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Könnt ihr mir weiterhelfen? Oder in rechten Medien kursiert, ich habe zum Boykott aufgerufen. Auf was für Ideen, die immer kommen. Ich habe doch den Artikel im Handelsblatt nicht geschrieben. Hashtag nur AfD darf natürlich auch nicht fehlen, denn sonst sieht doch niemand, dass du eine von den Guten bist, Renate. Du gehörst zu den Guten. Die Kommentare zu diesem Tweet hat sie übrigens deaktiviert. Clever, unsere Verbraucherministerin außer Dienst, oder? Sie repostet auch übrigens diesen Beitrag mit der Joghurt mit der rechten Ecke. Ein Unternehmer trifft sich privat mit einer Politikerin, hat mit der Partei sonst nichts zu tun. Weder spendet er, noch ist er irgendwie anderweitig involviert. Und das ist dann eine solche Meldung wert, mehrere Artikel, erst der von der Bild-Zeitung, jetzt das vom Handelsblatt. Mich würde brennend interessieren, welche Absichten verfolgt werden. Mit welcher Absicht Renate Küners diesen Beitrag geteilt hat, oder warum sie der Meinung ist, dass der Joghurt eine ha-ha-ha-rechte Ecke hat. Ich mutmaße einfach ihre Absicht. Es geht um Denunziation. Es geht um kauft nicht bei ... Ein ähnlicher Versuch der Marke, dem Unternehmen zu schaden, wie damals bei Truefruits, falls ihr euch daran erinnert. Da ging es um diese Flasche hier und den daraufhin konstruierten Shitstorm. Der unliebsame politische Gegner und dessen Unterstützer, und sei es nur mutmaßlich, sollen eingeschüchtert werden. Ein mögliches Ziel? Seht her, es reicht schon aus, wenn ihr euch mit den Schmuddelkindern von die bösen Rechten in der Öffentlichkeit sehen lasst. Und wir werden darüber schreiben. Nicht nur in irgendeinem kleinen Regionalblättchen, nein, bundesweit überregional. Der Bild war es ein Artikel wert, und auch den vom Handelsblatt, den musste Renate Küners natürlich teilen. Die Methoden, die angewandt werden, sind natürlich alte Bekannte. Parallelen hingegen dürfen zur Vergangenheit nicht benannt werden, ohne dass einem Verharmlosung unterstellt wird. So war es auch, als Ungeimpfte aufgrund ihres Impfstatus nirgends rein durften. Zum Beispiel auch nicht auf Weihnachtsmärkte. Ich erinnere mich noch, ein Schild am Koblenzer Weihnachtsmarkt, dort stand nur ein Glühwein pro Person. Getränke und Speisen dürfen nicht an Ungeimpfte weitergegeben werden. Es könnte ja sein, dass dein ungeimpfter Freund irgendwo da hinten, hinter einer Ecke wartet und auch einen Schluck von dem warmen Glühwein kosten will. Nicht mit dieser toleranten Gesellschaft. Kontakt schuld. In seiner allerreinsten Form. Mittlerweile ist aus dem Twitter-Trend eine Bewegung geworden, um Müllermilch zu unterstützen und die anderen wollen Müllermilch boykottieren. Wahrscheinlich hebt sich das wieder auf und die machen genauso viel Umsatz wie vorher. Ja, die Absicht von Renate Küners, von ihr werden wir sie ziemlich sicher nicht erfahren. Ein Glück ist die Debatte um die Vergewaltiger vom Hamburger Stadtpark in den letzten beiden Tagen von der Müllermilch verdrängt worden. Wir müssen in diesem Land eben wieder über die wirklich wichtigen Themen sprechen. Und keine Sorge, ein Video über Hamburg ist auch schon in der Mache. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, findet ihr dafür Möglichkeiten in der Videobeschreibung. Bewertet und kommentiert das Video. Wir sehen uns hier morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.